Lieber V-Prime, meine Videos gefallen mir sehr und ich lasse auch immer einen Daumen hoch da. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und lasst gerne ein Like da und ein Kombi in den Kommentaren. Und du sagst, du brauchst Geld. Aber dir geht es doch gut an mich. Mein Finger tut weh, ich kann meine Bankkarte nicht halten. Dieser Schmerz in den Fingern. Ich kann nicht an die Bankkarte abnehmen. Meine Beine tut auch weh, ich kann die nicht weg. Warum wüsst du denn nicht an die Bankkarte ab? Ich meine, meine Hose ist verbrannt, meine Bankkarte ist weg. Sie ist verbrannt, sie ist geschmort. Ach, jetzt ist es ja Online-Banking. Ach, mein Handy ist kaputt. Du telefonierst gerade mit. Sollte ich dir in Dietrich bringen. Du weißt, dass man überlebt. Ich check dir deine Mission immer noch nicht so ganz. Wie du checkst meine Mission nicht. Ich check deine Mission nicht so ganz. Für uns ist wichtig, dass du das Kapitel mit euch beendet hast. Aber du hast deine Finger runter. Aber Mann, wenn ich ihn tue, ist er tot, Mann. Naja, ich gucke, dass ich noch einen Mediziner vorbeischicke, dass man ihn noch retten kann. Aber wir möchten, dass er ein bisschen... Ey, wisst ihr was, Mann, Alter, fickt euch aber mit euren Scheiß-Pommes, Digga. Komm mit hier, du Spasti. Komm mit. Komm mit. Ja, komm, wir töten dich jetzt. Cool, komm. Guck mal. Wow, Grove Nummer 1. Guck mal hier, guck mal. Guck mal, Mann, wir töten ihn. Guck mal, wir töten ihn vor deinen Augen, Mann. Guck mal. Guck mal hier, guck mal hier. Das ist dein Blatt, das ist ein Waddle, das ist aus der Stekers. Das ist geil, Mann. Wow, danke für die Pommes, Mann. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Morgen ist er bei euch in der Frack. Ja, Mann, obwohl er tot ist. Yeah, hau rein. Ja, Mann, yeah, wow, geil. Okay. Hoffentlich ist er nicht mein Team. Ja, wir waren Erste, cool. Super. Oh, sehr schön, Digga. Was war das? Ja, weil die Jano noch drin saß. Das Käfer. Und das war's auch wieder mit Paintball, Freunde. Ja, dann fahrt mal einer los und holt mal eine Frack, Alter. Ja. Ja, das war warum. Ich hab kein Auto mehr. Ich hol, ich hol schon, ich hol schon. Nee, ich steh nicht so auf abgenutzte Füße. Ich steh nicht auf Arbeiterfüße. Oh Gott, ich guck dir mal die Füße an. Bei Realtor, guck dir mal die Füße an, die sehen jetzt krank aus. Ich guck dir mal an, wie feinig die sind, ey. Schatz. Das heißt Sheriff, ja. Das ist Sheriff. Schatz. Scherif. Deine Tochter hat mir geschrieben. Unsere Tochter. Ja, unsere Tochter. Was hast du gesagt? Mike hat an meinem Fahrradzattel geschnüffelt, nachdem ich drauf saß. Ach so. Aber Leon, kannst du mal kurz zur Seite kommen? Kommerat, bin ich. Danke. Gott, das ist ein Mensch. Du Gott, das ist ein Mensch. Du Gott, das ist ein Mensch. André, ich dachte, du verbindet uns. Richtig aufgenommen. Ich dachte, du verbindet uns, André. Dass ich ihre Nummer hab. Na klar. Das wäre wirklich sehr nett. Okay, haben Sie was zu schreiben? Ja. Wir haben 3, 3. Wie nochmal? 3, 3. Ja. 6, 2, 8. Alles klar. 3, 3, 6, 2, 8. Mhm. Okay. Wie heiß ich? Jack. Hilton. Hilton. Und bis zu diesem Becken müssen Sie mir eine SMS geschrieben haben. Sie haben mir das irgendwie auch so ein bisschen auch freigestellt, ne? Ja. Ja, eigentlich schon, aber ich wäre schon sehr traurig, wenn ich jetzt keine SMS bekommen würde. Okay. Okay. Alles klar. Dann dürfen Sie sich umdrehen und ich bin gespannt, ob ich diese SMS bekomme. Alles klar. Scheiße, Jungs. F. Ich hab die geschrieben. Ich bin für dich da. Sie geht einfach an. Sie hat mich gefickt. Oh, was ist das denn da vorne? Hast du was gefunden? Ja, irgendwie so ein Metallteil. Oh Gott, hier ist ein Hai. Scheiße. Scheiße. Hier ist ein Hai. Der Hai frisst mich. Der Hai ist bei mir. Verdammte Scheiße, der Hai ist bei mir. Wo bist du denn? Im Wasser. Ich bin eigentlich... Alter, verschwinde, scheiße Hai. Ich bin eigentlich viel zu nah an dem Ding. Ich seh, an der Tankstelle, an der Tankstelle bin ich an der Tankstelle. Da ist ein Hai? Ja, der Hai hat mich gefressen. Verdammt, alter Scheiße. Echt? Scheiße. Michael, ich bin müde. Ja, gut, Tino ist halt im Urlaub. Tino ist dankbar dafür, dass er arbeiten darf. Er kann ja seine Lust nicht ausleben, leider. Ja. Sonja, hast du kurz Zeit? Ja. Oh, Gerd, Mensch. The North Face. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon hart, Sonja, ne? Oh, ein 402 hat er gesagt, ne? 402, ja. Mach auf. Au, oh. Hä? Was, was? Was, was ist denn jetzt? Ich bin mal eingesetzt, doch mal. Hö, hä? Digga, wie geil ist das denn, Dennis? Das Auto. Was denn? Das Auto. Oh, ich hab' nicht viel Flitz. Eine bändige Sache, ich hab' nicht irgendwas zu tun, Mann. Oh, ich hab' nicht viel Flitz. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich lieg' Ja, Moin. Was ist das? Was machen wir da, mit ihm? Ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Weißt du, der schaut uns nicht mal an, ne? Zeigt uns da ganz ans am Hintern. Streckt uns den so raus. Aber zum Verteidiger und mein Hintern ist schon mal eine Schokoseite, also. Ach so, so ne. Da haben sie auf jeden Fall die bessere Seite. Hahaha. Äh, äh. Mein. Ähm. Ähm. Why won't you wake up? Ich wake up. 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 Meine Tags aufs Blatt Ich bin am hassen für die Färben und nicht für eine Bitch